Da! Au! Sind Sie verletzt? Meine Tasche. Oh nein! Kümmern Sie sich lieber auf meine Tasche! Verfolgen Sie mich eigentlich? Nein, wir sind Nachbarn. Wie bitte? Ja, ich wohne hier allerdings im Hinterhaus. Wer oder was gibt dir eigentlich das Recht, über mein Leben zu urteilen? Diese eine Nacht? Für wen hältst du dich eigentlich? Ich weiß, meine Schöne, wir müssen miteinander reden. Nein. Das müssen wir nicht mehr. Ich helfe dir jetzt, deine Koffer zu packen, und dann verschwindest du von hier. Du ziehst bei der Geschichte doch immer den Kürzeren. Er kann sich doch gar nicht wirklich zu dir bekennen. Wo ist er denn, wenn du ihn mal brauchst? Es tut mir so leid, aber ich muss absagen. Was? Ausgerechnet an unserem Zehnjährigen. Was muss ich dafür tun? Das weißt du doch. Ich will Evas Job. Sie haben mit ihrer Entscheidung Zeit bis zu unserem Sommerfest. Das ist Erpressung. Mhm. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Ich auch nicht. Warum können wir nicht Freunde bleiben? Ganz einfach. Weil ich dich liebe. Ja. 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 Ja.